Okay meine lieben Freunde, euer Wiesel am Start und heute erzähle ich euch von meinen ersten Tagen in der Psychiatrie also ich bin hingekommen, war ein bisschen leise, alles easy noch und wer fünfmal fast rausgerutscht fuck yeah auf jeden Fall, ja das war eigentlich ganz chillig ich habe da auch einen kleinen Zettel mit den Therapiezielen die ich euch jetzt mal sage, also fünf Therapieziele habe ich meine Gefühle offener ausdrücken und mehr aus mir herausgehen andere Menschen nicht so schnell ablehnen oder abwerten nicht so oft denken, dass die Leute etwas gegen mich haben leichter Kontakt zu anderen Menschen bekommen nicht so schwarz sein und positiver denken ja wie ihr seht, dreht sich das ziemlich ums Sozialsein weil Sozialität, habe ich schon wieder gesagt gespuckt ist mir eigentlich so wichtig man braucht andere Menschen, wir Menschen sind soziale Wesen und so ist das halt das waren auf jeden Fall super Leute ich freue mich auch schon auf morgen und weiter sollte ich dann noch sagen dass jetzt vielleicht ich habe schon wieder gespuckt, ich weiß nicht was los ist auf jeden Fall weiß ich nicht ob ich jetzt regelmäßig Videos machen kann für Montag und Freitag Freitag eher weil da habe ich früh raus und unter der Woche am Montag muss ich um fünf aufstehen ungefähr und komme dann erst so um halb fünf wieder nach Hause bin ich dann ein bisschen müde und so yo, also schauen wir auf jeden Fall Therapie und Spannungsgruppe habe ich zum Beispiel gehabt sehr angenehm OHA vielleicht sehen wir es gar nicht im Video aber ich merke es eh wahrscheinlich wie kein Licht das gespucke ich kann gar nicht aufhören zu spucken OH GOOOOOOT auf jeden Fall Leute es ist geile Mauer weil vor zwei Jahren habe ich das auch probiert die gleiche Therapie also eine ambulante Therapie und da bin ich am ersten Tag nach Hause gefahren früh und weil es überhaupt nicht der Bock da wäre es dann einmal weil ich komplett fertig Psychotin mir schlecht gegangen aber jetzt nach zwei Jahren bin ich ready for this und es geht auch ziemlich gut und wie schon gesagt die Leute sind live und also alles gut Leute so und jetzt wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und bis Freitag Peace out euer Wizard